Das ist eine Katastrophe, was hier abgeht. Das ist vor allem wegen dem Bunsen. Man kann mit seinem Geld sehr viel Gutes anrichten oder sehr viel Zerstörung. Wie sieht das hier statt? Schluss für Stadtzerstörung! Schluss für Denkmalzerstörung! Wir treten Leisten gegen den Streitweg, die Diktatur im Katal. Wir treten Leisten anstatt die Polizei und im ganzen Land. Und bringen Volksvergurung und die Strecke. Und das ist ein Wunsch. Das ist schnell zum Lachen. Das hatten wir schon vor ein paar Jahrzehnten. Einschränkung der Pressefreiheit. Versammlungsrecht wird ausgehebelt. Kurzfristig am 13.01. Ohne gerichtliche oder behördliche Anordnung. Und die schwarzen Kohorten hatten wir auch schon mal. BFG-Einheiten gegen die bürgerliche Mitte. Die setzen wir gegen Schwerkriminelle ein. Und gegen Terroristen. Aber nicht gegen uns. Die Diffamierung und Kriminalisierung sagt, die greift nicht länger. Die Kriminellen sind nämlich die Ander. Die Polizei schützt illegales Bauprojekt. Schluss mit Schwachsinn hoch 21. Wir neutralisieren die Polizei. Wir werden uns nicht missen. Jetzt kommen die Handlanger der Illegalen. Jetzt kommen die Handlanger der Illegalen. Wir lassen uns nicht kriminalisieren. Wir lassen uns nicht kriminalisieren. Wer hat jetzt den Regen bestellt? Es geht jetzt wieder alles weg, weil es regnet. Scheiße. Böse auf Binkreporter schumpfen. Ja, also wie ist das Schwarz? Das ist so. Los mit der S1-2-Sportshow. Los mit Schwachsinn hoch 21. Ja, geht doch. Juhu. Bravo. Bravo. Und die Leise, Elodie, korrigiert. Automaren konnten wieder durchfahren. Aber dem kann man es ja erklären. Die Polizei ist ja freundlich Helfer. Die Polizei ist ja auch nicht kaputt. Die Polizei ist ja auch nicht kaputt. Hallo. Du haben alle. Das stimmt nicht. Ich bin der Mann und ich bin der Mann, die Person zu uns nicht vertraut. Das stimmt nicht. Nein, die Person zu uns. Vielen Dank.